in eine Regierung gehen, wenn sich wirklich grundlegend etwas ändert. Und wir schreiben jetzt gerade die Wahlprogramme, worum es uns geht, aber beispielsweise im Bildungssystem, da muss sich Erhebliches ändern. Also wir müssen irgendwann mal wieder dazu kommen und nicht irgendwann, sondern möglichst bald, dass Kinder in der Grundschule wieder ordentlich lesen, schreiben und rechnen lernen. Das ist ja banal, aber das findet heute nicht statt. Und das hat etwas mit Lehrermangel zu tun, das hat aber auch was mit Bildungsinhalten zu tun. Also Herr Kretschmann aus Baden-Württemberg hat sich kürzlich öffentlich zitieren lassen mit der Ansicht, Rechtschreibung sei ja nicht mehr so wichtig, es gäbe ja überall die Autokorrektur. Das ist grüne Bildungspolitik und das muss raus aus den Schulen, sondern natürlich müssen erst mal bestimmte Fertigkeiten vermittelt werden. Also ich möchte auch, dass Kinder selbstverständlich zu selbstbewussten Staatsbürgern werden, dass sie eigenständig denken können, dass da Kompetenzen vermittelt werden. Das ist alles ganz wichtig, aber es muss erst mal, zumindest in der Grundschule, müssen bestimmte Fähigkeiten, bestimmte Kenntnisse vermittelt werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt für uns und natürlich auch in der Wirtschaftspolitik, Mittelstandspolitik oder auch Corona-Aufarbeitung, dass da nicht so mit einem Federstrich drüber weggegangen wird, was damals passiert ist. Dass Politiker im Amt immer noch sind, die da auch Verantwortung tragen. Das auch mal, das kann ein Bundesland zum Beispiel machen. Also ich frage mich, wie man verantworten kann, dass bis heute nicht analysiert wurde, welche Krankheiten zum Beispiel bei Geimpften eventuell häufiger vorkommen als bei Ungeimpften. Es gibt keine Studie, obwohl es die Daten bei den Krankenkassen gibt. Und dadurch haben Menschen, die vielleicht Impfschäden haben, überhaupt keine Chance, dafür etwas einzuklagen als Entschädigung, weil sie können ja gar nicht... Es ist so, als wollte man uns da etwas verschweigen. Auch hier ist es gut, dass das BSW hier Corona-Aufarbeitung fordert. Und deswegen hat man auch Friedrich Pirna, der schon die ganze Zeit die Corona-Politik der Bundesregierung kritisiert hat, mit auf die Europaliste geschrieben. Also das finde ich auch grundsätzlich sehr, sehr gut. Nachweisen, dass es durch die Impfung ist. Also es gibt ja viele Dinge, die man verändern kann. Und auch auf Landesebene, ohne jetzt den Leuten zu erzählen, wir legen ein Budget auf, das irgendwie vom Doppelten dessen ist, was jetzt der Landeshaushalt ist. Und wir werden solche Dinge, wenn wir in eine Regierung gehen, auf jeden Fall durchsetzen. Es wird sich etwas ändern, sonst werden wir das nicht machen. Und der Unterschied zur AfD ist halt, wir können etwas wahrscheinlich, also wir müssen es sehen, aber wir können vielleicht etwas durchsetzen, weil die CDU nicht so viele Optionen jenseits von uns hat. Wenn wir es nicht durchsetzen, dann wird es... Ja, die AfD... Also ich glaube ehrlich gesagt, dass die CDU eher mit der AfD zusammenarbeiten wird, als mit dem BSW, weil man mit der AfD mehr Gemeinsamkeiten hat. CDU und AfD, die sind beide... Und die AfD hat auch weniger Probleme damit, transatlantische Politik zu machen. Also nach der nächsten Bundestagswahl, das sollte man vielleicht auch noch dazu sagen, da hat die CDU tatsächlich Optionen jenseits der AfD und auch jenseits des BSW wahrscheinlich. Wahrscheinlich werden wir dann eine schwarz-grüne, beziehungsweise eine schwarz-rot-grüne Koalition sehen. Also davon kann man ausgehen. Die CDU wird auf Bundesebene sowohl BSW als auch AfD wahrscheinlich von dem Füttertopf fernhalten wollen und wird auch nicht bereit sein, inhaltlich groß was zu verändern. Also eine völlig andere Außenpolitik wird es mit der CDU nicht geben. Dementsprechend wird sie wohl eher mit SPD und Grünen koalieren. Also davon kann man ziemlich fest ausgehen. Und das hat übrigens auch Maximilian Krah gesagt. Das ist sehr interessant in seinem Interview mit Thilo Jung. Und wenn das Land dann 2029 von dieser neuen Koalition so abgewirtschaftet sein wird, dass so viele Menschen wirklich die Augen geöffnet bekommen haben von der harten Realität, ja dann wird eine andere Regierung kommen. Und dann muss das BSW gut aufgestellt sein. Dann darf sich das BSW nicht zu sehr ein Mainstream angebietet haben. Dann müssen wir noch als klare Alternative dastehen. Also darauf müssen wir uns fokussieren. Gar nicht mal auf die nächste Bundestagswahl, sondern schon auf die 2029. Wenn dann die Abrechnung mit dem nächsten Kanzler Friedrich Merz ansteht. Also das sind wirklich die wahrscheinlichsten Optionen, die wir gerade haben. Solange die CDU in allen Umfragen bei 30 Prozent steht und das bei den nächsten Wahlen bekommt, wird sich in diesem Land leider nichts ändern. Das ist leider so. Und dementsprechend würde ich da gar nicht die Hoffnung zu sehr auf die nächste Wahl legen. Wenn wir nicht in die Regierung gehen. Haben Sie zu Jahresbeginn eigentlich mitdemonstriert für Demokratie gegen Rechts? Und wie haben Sie das erlebt, diese seltsame Bewegung? Also ich habe schon Respekt davor, dass Menschen sich Sorgen machen. Also wie gesagt, bei der AfD, wenn sie stärker wird, dann wird eine Partei stärker, in der es wirklich auch sehr, sehr problematische Gestalten gibt. Und da gibt es rechte Kreise und auch rechtsextreme Kreise, die sich dort betätigen. Wenn Menschen da Angst haben oder wenn Menschen auch dann auf die Straße gehen wollen, um das einzudämmen, da habe ich Respekt. Allerdings muss ich sagen, ich fand diese Bewegung sehr instrumentalisiert, auch von der Ampel. Ich meine, dass Ampelpolitiker vorne mitlaufen, die selber mit ihrer desolaten Politik überhaupt erst die AfD so stark gemacht haben, ist zutiefst unglaubwürdig. Und ich habe auch nicht ganz verstanden, warum dieser Anlass plötzlich zu dieser Bewegung führte, weil, also es war ja dieses Treffen in Potsdam. Und ich muss sagen, mich hat dieses Treffen nicht sonderlich überrascht. Ich hoffe, es war ja das erste Mal.